Ja, also jetzt fangen wir schon sechs Jahre für Union und in den ersten drei Jahren haben wir gleich schon die Contact Pro weitergemacht. Und Contact Pro war dazu mal die Basis für die Weiterentwicklung, die wir bei der Ultra geschafft haben. Die Ultra hat jetzt noch den Forge Carbon Highback, was die Bindung natürlich extrem leicht macht. Wir sind da schon unter einem Kilo und es wird auch bei der FC verwendet, wo die Baseplate Forge Carbon hat. Ja, und weil gerade Union da in Italien ist und ich nicht weit da hin habe, kann ich eigentlich da hinfahren und meine Ideen auf den Tisch legen und davon ausgehen, dass ich in einem Monat, zwei Monaten schon den Prototypen auf meinem Bord schrauben kann. Musik 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 Die Ultra-Bindung ist genau das Fahrgefühl, was ich in einer Bindung suche und was mir auch weiterhilft beim Fahren. Die Ultra-Bindung ist genau das Fahrgefühl, was ich in einer Bindung suche und was mir auch weiterhilft beim Fahren. Musik Wohin es weitergeht mit der Bindung, da gibt es eigentlich keine Grenzen. Die letzten vier Jahre haben das eigentlich gezeigt. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020